Hallo, in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man beim Rasenmäher die Zündkerze austauschen kann. Ihr könnt hier meinen Rasenmäher sehen, den Rasenmäher Motor. Hier seht ihr den Zündkerzenstecker mit Zündkabel und darunter befindet sich dann die Zündkerze. Die werden wir nun austauschen. Als erstes ziehen wir dazu den Stecker ab, legen den so ein bisschen beiseite, dass der uns bei den weiteren Arbeiten nicht stört und werden dann die Zündkerze rausdrehen. Um die Zündkerze rauszuschrauben, brauchen wir eine Knarre mit Zündkerzennuss. Das ist also eine bestimmte Nuss, die ist etwas länger, die ist so lang, dass sie auch weit genug draufkommt, um hier die Zündkerze dann auch loszuschrauben. Mit einer normalen Nuss aus dem Knarrenkasten werdet ihr das nicht hinbekommen. Die ist leider nicht weit genug, von daher müsst ihr eine spezielle Zündkerzennuss nehmen. Ja, wir schrauben das Ganze nun los. Wenn wir das gelöst haben, können wir das mit der Hand weiter abdrehen und haben nun die Zündkerze schon rausgeschraubt. Wenn ihr nicht wisst, welche Zündkerze ihr ersetzen müsst, beziehungsweise was ihr für eine neue Zündkerze braucht, könnt ihr bei der alten drauf schauen. Hier steht die Bezeichnung drauf. Ich hoffe, man kann es über die Kamera sehen. Ich halte es mal ein bisschen näher rein. Ihr habt also hier überall Informationen, welche Zündkerze ihr da braucht. Wenn ihr euch das nicht merken könnt oder nicht genau Bescheid wisst, könnt ihr natürlich auch die Zündkerze mit zum Händler nehmen und sagen, dass ihr so eine braucht. In der Regel wird man euch dann die richtige Zündkerze geben. Ja, ich nehme jetzt mal eine neue Zündkerze und werde die wieder reinschrauben. Dazu setze ich die Zündkerze mit der Hand an. Achtet darauf, dass ihr das Gewinde gerade ansetzt, damit ihr das Gewinde nicht kaputt macht und setzt die Zündkerze mit der Hand an und dreht sie so weit rein, wie es geht. Als nächstes nehmen wir dann wieder unsere Knarre mit der Zündkerzenlust und schrauben die Zündkerze fest. Ich mache das mal gut handfest. Kann man jetzt zwar über das Video schlecht zeigen oder sagen, wie fest das ist. Ich habe halt leider keinen Drehmomentschlüssel. Ansonsten würde ich euch empfehlen, schaut rein in die Bedienungsanleitung von eurem Rasenmäher. Da stehen sämtliche Drehmomente drin, auch das Drehmoment für die Zündkerze. Von daher meine Empfehlung, dreht eure Zündkerzen mit dem notwendigen Drehmoment fest, so wie es bei euch in der Bedienungsanleitung drin steht. Ja, das war es auch schon. Wir machen jetzt nur noch den Stecker drauf. Dann sollte der Rasenmäher wieder laufen und wieder richtig starten. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten abonniert mich, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.